dass die spätbyzantinische Zeit diese Ziegelsteine nur um die Mauer eben zu kriegen genutzt haben. Hier diese Mauer ist von der spätbyzantinische Zeit, da kann man sehr deutlich sehen, dass diese Ziegelsteine nur um eben zu kriegen. Und von der Basilika, die Wand, da sieht man keine Ziegelsteine, also die ist auch von den Basilika übrig. Also kann sein, dass die Wand 300, 360 vor Christi schon da war.